geht vermutlich nur wenn man nicht unendlich viele blocks hat und wir haben blumen nein was ist das es ist eine matschige textur die ich nicht näher definieren kann und wir pflanzen ein paar rote rosen um mein haus da unten rum aber moment ein paar rosen in schönem rot das mag jeder da muss ja noch irgendwas machen weil das sieht aber doch scheiße aus ja aufeinander schon klar wir sind drüben gemacht da habe ich mit der wand abgeschlossen gut die werde ich eh noch wegräumen und tschüss wand tschüss stirb wand jetzt habe ich mir da oben was die mühe gemacht jetzt reiß ich sie da weg ich vollpfosten dann pflanzen wir sie da hinten man muss da flexibel sein sie auch zwanzig mal umentscheiden können und immer noch schenken hoch bin ich scheiße ja so wir haben wieder eine schöne wand hochgezogen und ich glaube das reicht dann für heute auch erst mal moment gut ich muss noch ein paar rosen pflanzen in meiner lieblingsfarbe rot tschüss nah hin wie mache ich das da da schließe ich mit der wand ab jup dann mache ich das da genauso tschüss 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 sehr schön frisches rosenbeet jeder mag rote rosen rot mag eh jeder wenn was anderes erzählt hat eh keine ahnung perfekt und ich wollte noch einen weg was ist das da hm nicht so ganz das was ich suche hm was ist das ne das ist auch nicht so das wahre das sie doch ich glaube das ist eher geeignet vom boden hm äh nein hm hm so wir pflanzen noch ein bisschen weg bevor wir heute aufhören halt ich pflanze schon jetzt höre ich das falsch an mit völlig falschem ort hin da fängt mein haus an da drin ist dann schon die haustür der weg endet an meiner haustür haustür müsst ihr euch jetzt einfach mal denken also da ist ein großes eisen eisen eichenholztor eisenholztor ja wird's halt jetzt feierabend machen für heute ich hab schon wieder einen block vorm kopf da hab ich einen weg auf jeden Fall ist gestern da unten rauf gekommen hm ich könnte auch noch ein bisschen meinen weg verlängern guck mal hey baby willst du mal einen langen weg sehen der ist so enorm lang das macht doch was her ey kann ich ertrinken nein ich kann nicht ertrinken aber ich kann ein loch reingraben mitten im meer finde ich schön dass man nicht ertrinken kann so mein weg ja also bei mir kann man direkt vom schiff direkt in mein haus laufen und für nur 2 mark 50 dose abgelaufenen kaviar kaufen den ich da noch liegen hab warum auch immer nein hey wir sehen Schatten ich hab doch Schatten ausgeschalten oder äh mir war so als hätte ich Schatten ausgeschalten Moment hm off off warum seh ich dann einen Schatten im Wasser oder ist das bloß jetzt hier so weil ich eben technisch Weg hab jo definitiv wirft das Ding einen Schatten und so wie ich spiele hab ich einen leichten Schatten aber was solls und zack nehm ich noch ein Bad so oft hab ich mich das ganze letzte Jahr über nicht gewaschen wie heut aber was solls ne nochmal wollen wir da nicht rein ne nochmal wollen wir da nicht rein sind schließlich echte Kerle hab da grad noch ne schöne Idee oh Gott ich werd dieses Spiel nie aufhören zu spielen wenn ich jetzt so weiter mach aber eine Idee hab ich noch ho 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 gut gut bis dahin und nicht weiter so wir bauen mal dahinter da noch ein paar Zinnen hin und schon ist mein Weg fertig vielleicht so die bauen wir noch eine Nummer höher na das ist ne Nummer zu hoch so reicht das vollkommen das sieht echt scheiße aus aber total mal ein schönes Haus mit meinem gigantischen Bücherregal äh das wolle ich jetzt nicht mhm die wird gleich viel platziert auch nicht jetzt selber Moment Perfekt auch obwohl Perfekt Perfekt wir schauen noch mal auf meinen Dachboden ich muss hier noch irgendwas einbauen ich muss hier noch irgendwas einbauen Dachboden sieht gut aus in meiner Holzkiste und das war's dann für heute glaube ich weil ich nehm jetzt bald eine dreiviertel Stunde glaube ich schon auf aber wir könnten noch kurz ein Speisle machen ein Speisle mach was ist das Schleim erinnert mich ein bisschen jetzt an Doom irgend so einen Markt so wir bauen uns noch einen Turm zu Babel also da sind irgendwie maximale Reichweite eingestellt kann man damit fast nur die ganze Map sehen also ich denke mal das die ganze Map ist ich weiß es nicht ich seh nur noch Nebel und ja kann da auch runterspringen es passiert einem nix oh sogar Style ist schon mit dran ich werde jetzt dieses Merkmal ich liebe jetzt auch hier weg ja das war's dann erstmal schön wie ich immer an den Seiten hängen bleib vielleicht kann mir jemand das zu sagen wie es findet voll scheiße ey von dem billigen Minecraft Klon alter spiel den scheiß nie wieder sonst komm ich alter und fick deine Mama ey deine Mutter ey ich nix deutsch ich Gangster vielleicht spiel ich mal wieder ne Runde vielleicht kann auch immer jemand das zu sagen wie es findet in einer vernünftigen deutschen Sprache wenn möglich damit ich auch was verstehe so und ich muss da noch einen Block hinsetzen so naja komm jetzt sind wir mal nicht zu da müssen drei Blöcke hin sieht irgendwie merkwürdig aus aber was soll's das war's jetzt aber wirklich ich sag auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal vielleicht egal